Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von VektorWahl. Ich bin Monika und das hier ist ein schneller Tipp zum Überdrucken. Ich habe hier also eine Datei, in der sind schwarze und weiße Elemente. Die schwarzen sollten am besten überdrucken, die weißen nicht. Das kann man jetzt erstmal überprüfen mit Fenster, Separationenvorschau. Und da können wir jetzt die Überdruckenvorschau einschalten. Jetzt sieht man schon, die weißen Elemente sind alle weg. Und wenn ich jetzt auf Schwarz gehe und das damit ausblende, den schwarzen Kanal, dann sehen wir, einige der schwarzen Elemente überdrucken mich. Das sollte jetzt am besten korrigiert werden. Und ich lasse das jetzt einfach mal so liegen und kann jetzt alle Elemente auswählen. Also alles, was man jetzt auch nicht sieht und alles, was auch andere Farben hat. Und wir können das Ganze jetzt reparieren. Dazu drücke ich auf Bearbeiten, Farben bearbeiten und dann Schwarz überdrucken. Und hier können wir als erstes das Schwarz überdrucken für diese Elemente einschalten. Das ist die Voreinstellung, also Schwarz hinzufügen. Dann der Prozentwert und dann muss noch angewendet werden, Fläche und Kontur natürlich. Einiges sind Flächen, anderes sind Konturen. Und dann gehe ich jetzt mal auf OK. Und wir sehen schon, hier ist Wesentliches von diesen weißen Elementen weggegangen. Das heißt, die schwarzen Elemente überdrucken jetzt. Allerdings einige nicht. Und um die muss man sich dann eben extra kümmern. Dieses hier ist ein Muster und da kam der Befehl nicht rein. Hier haben wir was Besonderes und dazu rufe ich mal Farbe auf. Das hatte keine 100%. Das heißt, auch diese Sachen muss man dann extra einfangen. Und dann eben entweder, wenn es wenige sind, sie einzeln auswählen und unter Fenster Attribute einfach auf überdrucken setzen. Oder wenn es wie hier mehrere sind, können wir nochmal gucken, was mit dem hier ist. Der hat also den gleichen Prozentwert. Das heißt, wir können in diesem schwarzen Überdrucken eben auf diesen Prozentwert gehen. Man kann da leider keinen Schwellenwert einstellen und alles ab 94% überdrucken, sondern man muss die Prozentwerte einzeln einfangen. Als nächstes müssen wir uns aber jetzt um die Elemente kümmern, die weiß sind und eben nicht überdrucken sollen. Also ich kann wieder alles auswählen. Das ist sogar das Orange hier ausgewählt. Hier auf Bearbeiten, Farben bearbeiten und dann schwarz überdrucken. Und gehe jetzt auf schwarz entfernen und dann natürlich auf den Prozentwert 0, weil das ist prozessweiß und hier auf OK. Und jetzt sind die weißen Elemente sichtbar geworden. Das können wir auch nochmal überprüfen. Das heißt, ich werde jetzt mal schwarz hier wieder einschalten, die Überdruckungvorschau ausschalten und wieder einschalten. Und da ergibt sich kein Unterschied. Das ist also jetzt alles OK. Und so kriegt man das schwarze Überdrucken ziemlich fix in den Griff. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klick auf Gefällt mir oder abonniere den Kanal und erzähl es gerne weiter.